Leute, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und vergisst nicht, die Kommentare zu sprengen. Falls ihr nichts verpassen wollt, aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Ab ins Video, will ich sagen. Ey, guck mal, wie der bei mir fährt. Guck mal, wie der bei mir fährt. Ah, amigo. Das ist das Aufnahmereport auf dem Start. Aufnahmereport, das ist auf. Ja, ich hab's schon gehört. Ey, ich kann nicht so schnell laufen, Mann. Geht aus, so schnell zu laufen. Ich muss Pause machen. Hallo. Du kriegst jetzt eine Frage von mir. Was macht das? Ja, ich kriege jetzt Hallo. Kommen wir nochmal zu meiner Frage. Wie viel wiege ich und sei realistisch. Realistisch? Ja. Ja, 200 Kilo. 200 Kilo? Falsch, ich wieg 30 Tonnen. Ach, steck ein. Ich bin los. Steck ein. Brr. Sollen wir hinfahren? Ey, das Auto brennt. Das Auto brennt. Warum brennt das Auto? Arme Nacko-Dum. Ey, Jungs, ich mach Selfie. Hashtag Cash, Mann. Check das ab. Gegen wen kämpfe ich? Bercouli gegen Brallox. Ja, ich bin hier. Brallox. Seid ihr bereit, Bercouli? Brallox. Perfekt. Alles klar, dann auf drei geht's los. Eins, zwei, drei. Brallox. Vicky, Bercouli. W-w-w-w-w-w-w-w-w. Raaaaaah. Bercouli hat gewonnen. Bercouli hat gewonnen. Crip, motherfucking West Side, Mann. West Side, motherfucker. West Side. Motherfucker. Bercouli sein weiter. Digga, bei mir geht er erst ab 130 Kilo, Digga. The fuck is Frank? Bercouli. Ui, Memo. Ey, pass auf, nicht dass der Boden einklaßt. Bereicht dem anderen Grain. Mach den Karpust. W-w-w-w-w-w-w-w. Oh nein. Ich bezahl, ich bezahl, ich bezahl Mann. Ich bezahl. Oh, Monaco. Junge. Oh, Monaco. Hast du einen Platz, wenn du auf ihr sitzt, hast du Höheninstaller. Was ist das für ein Arsch? Wenn du den Fernseher nicht mehr, Monaco. Wenn du einen mal fackst, was du schnimmst. Ja, Funke. Was wollen sie denn? Erstmal die ganzen Karpust, die du bei dir hast für McDonalds. Ich seh das doch. Und wehe, wehe, du vergisst deinen wehen. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Du weißt schon, dass Laura dich mal richtig an den Arm ist, ne? Ich kann nicht so schnell. Wir haben sogar hier Zuschauer mitgebracht. Ey Bruder, wie macht ihr das? Ey Berko, Berko, Ayub, Bruder, doch nicht die Frau, Bruder. Bruder, Gleichberechtigung, wo leben wir hier? Bruder, Ayub, Bruder, Wallah, Ayub. Entfessel mich mal. Hast du vorhin gesagt, meine Mutter kocht Versalzen oder was? Das kommt davon. Ja, auf jeden Fall, Presse, das ist Radical Music, das ist äh... Deine Mutterrap, genau. Deine Mutterrap, ey. Jawoll, Bruder, schmeiß die in die Flasche von dir. Ey, ich hoffe, ich kann schwimmen, man, weil da unten sind Piranhas. Und jetzt geh runter, du sohn. Radical Music, ey, die Kameranäste. Ich kann auch nicht sagen. Hey, du bist mir leider, Mann. Ihr müsst Bissmela sagen, weil wir machen. Das ist jetzt nächstes. Okay, ja. Ja, okay. Ich hab, ich hab nur ne Frage an dich. Auf, auf. Wie lang sind meine Arschhaare? Na, schon nachholziert. Heiß mal, deine fette Mutterpissmela. Hab ich alles für dich gelernt? Du hast keine Lagen, aber du lagst auf dem Boden, hä? Oh, du ist Radical Music Freestyle. Radical Music, auf. Du bist gleich, eine Kugel fliegen. Du wirst jetzt da einfach runter fliegen. Wir machen jetzt ne Party beim Unicorn. Kommt, wir gehen alle was trinken. Let's go. Ey, nicht, dass ihr denkt, das ist ein Schwule. Also, ich sag euch ehrlich, ich glaub, den mit der Cap werde ich heute mitnehmen ins Bett. Heiß mal. Nein. Der hat sich wieder mit seinen Arsch packen. Bruder, nimm die mit, nimm die mit. Lauf, auf, auf, komm, wir packen die ein, Jungs, wir packen die ein. Lack, das ist meine. Lack, das ist meine. Lack, was machst du? Nein. Was wollt ihr, das ist meine, Mann? Wenn man ein Auto hier heiraten würde, könnte ich mit Auto heiraten, statt Frau. Oh mein Gott. Bin ich schon im Himmel? Mein Vater war Räuber und Chantan. Und meine Familie, sie war sehr arm. Jeden Tag essen wir Reis. Ab und zu Tomaten, aber eigentlich nur Reis. Ich esse jeden Tag nur Reis. Bohnen und bisschen Reis. Jeden Tag essen wir nur Reis. Wir haben kein Geld, ja das ist kein Scheiß. Jeden Tag essen wir nur Reis. Reis ohne nix, ja nur Reis, somit Reis. Reis mit Tomaten, reinfor 위 und scheiß. Eh, ja. Meinsin bisschen Mais. Outro